Wenn es um Holzverarbeitung und speziell das Bohren in Holz geht, gibt es seit fast 150 Jahren eigentlich nur einen einzigen Ansprechpartner und zwar die Firma Famag. Deshalb habe ich mir heute Ralf Hunker eingeladen von der Firma Famag. Hallo. Hallo Daniel. Ja, wir stellen heute die Holzbohrerfamilie des Bohrmarks vor. Ich halte allerdings noch sozusagen den Vorgänger in meiner Hand. Das ist der Forstner Bohrer und den gibt es schon sage und schreibe seit über 100 Jahren. Richtig, genau. Erfinder ist Benjamin Forstner aus Amerika. Ist ein tolles Werkzeug, um damit freie Hand in Weichholz zu bohren. Freie Hand ist wichtig, weil heute werden hauptsächlich Akkumaschinen eingesetzt auf der Baustelle und Weichholz geht wunderbar. Okay, also den kennen die Schreiner, den kennen die schon eigentlich? Den kennen die schon, genau richtig. Warum geht er so gut in freie Hand in der Anwendung? Er hat eine Umfangsschneide, eine geschlossene Umfangsschneide hier an der Seite und dadurch bekommt er seine Führungseigenschaft. Okay, das heißt, wir haben kein Rumwackeln auf gut Deutsch gesagt. Richtig, genau. Der bohrt genau in der Flucht, wie wir das wollen. Wunderbar. Aber der Vorteil ist auch gleichzeitig der Nachteil, wenn wir nämlich ein hartes Holz bohren oder sogar eine beschichtete Platte, dann entsteht hier eine Reibung zur Oberfläche und dann fängt er an zu brennen und es gibt schnell kein Zurück mehr. Okay, also der kriegt sozusagen einen roten Kopf, ja, kein Feuer, aber Rauch. Genau. Und deshalb habt ihr sozusagen euch gedacht, okay, wir könnten wir den weiterentwickeln und habt den Bohrmax ins Leben gerufen. Der hat jetzt nicht nur eine andere Farbe, sondern auch eine etwas andere Form. Man sieht hier so ein bisschen eine Verzahnung. Erklär ganz kurz. Genau so ist er. Also auf den ersten Blick sieht er absolut genauso aus, wie du schon sagst. Er hat auch eine Umfangsschneide, aber diese Umfangsschneide ist jetzt so geschliffen, dass außen Zähne angebracht sind. Und damit ist die unterbrochen und diese Zähne sind so geschliffen, dass sie alle schneiden und deswegen entsteht beim Bohren keine Wärme mehr. Der kann also ein bisschen Dampf ablassen sozusagen. Der entsteht gar nicht erst. Okay. Der bohrt in Weichholz, der bohrt in Hachtholz und der bohrt auch mal in eine beschichtete Platte. Okay. Wollen wir das mal kurz zeigen? Ja. Okay. Wichtig vielleicht noch zu sagen, der hat auch hinten dran, die ganze Bohrmax-Familie, drei Spannflächen, die dann wunderbar in den Bohrfutter einrasten, damit er beim Bohren nicht verdreht. Geht also super schnell, ist auch eine Zeitersparnis. Genau so ist es. Geht wunderbar in Weichholz. Okay. Super schnell auch? Genau. Macht einen schönen, sauberen Bohrungsrand hier oben und auch die Wandung innen drin ist wunderbar. Kriegen wir es jetzt genauso schnell und genauso präzise jetzt auch in das Hartholz hin? Mit dem Bohrmax ja. Okay. Also super Ding. Also von der Geschwindigkeit geht genau gleich schnell? Geht genau gleich schnell. Macht einen schönen Spann und jetzt fühl mal, der ist überhaupt nicht heiß. Kann man kopp den mit kühlen sozusagen? Genau. Das ist das Geheimnis des Bohrmax, weil diese Zähne alle schneiden. Okay. Mit dem könnte man jetzt auch in die beschichtete Platte bohren? Genau. Wenn man mal in eine beschichtete Platte bohren möchte, geht das wunderbar. Okay. Dann lasse ich ihn etwas langsamer laufen. Aber wenn man jeden Tag in eine beschichtete Platte oder in harte Oberflächen bohrt, dann ist eigentlich das Hartmetallwerkzeug das Richtige. Okay, genau. Denn das wollte ich gerade sagen, da arbeitet man mit Hartmetall bestückten Werkzeugen. Genau. Was hat es damit auf sich? Der Träger ist so hoch. Das gleiche Material wie diese normalen Forstnerbohrer. Und man hat hier jetzt Hartmetall eingelötet. Hartmetall ist dafür bekannt, dass es sehr widerstandsfähig ist. Geht in harte Oberflächen sehr gut. Verschleißt nicht so schnell. Das Problem von diesem sogenannten Kunstbohrer ist aber, dass der keine Führungseigenschaft hat. Wollte ich gerade sagen, der hat keine Führungsschiene. Genau so ist das. Der hat zwei Vorschneider und wie die anderen zwei Hauptschneider und Zentralspitz. Aber er hat keine Führungsschneider. Und deswegen führt er nicht gut. Wenn ich jetzt hier bohren würde, freie Hand, und ich setze ihn nicht ganz gerade an, dann rattert der so übers Holz. Okay. Und das würde ich ja bei mir zu Hause auf der Arbeitsplatte nicht so gerne haben. Wahrscheinlich hast du nur einen Versuch. Da ist ja schon ein Muster drin. Ja, genau. Und da gibt es jetzt relativ neu das einzige Werkzeug, was Hartmetall bestückt ist, mit dem man frei Hand bohren kann. Okay. Das ist der Bohrmax hoch 3. Schau es dir an. Zentrierspitze, Hartmetall. Die beiden schneiden in Hartmetall. Hier ist eine Umfangsschneide wie beim normalen Bohrmax. Wollte gerade sagen, von der Optik her ist er dem normalen Bohrmax sehr ähnlich. Man sieht allerdings hier, das Hartmetall innen drin. Genau. Hier vorne auch ein Vorschneider in Hartmetall. Und das ist das erste Werkzeug, was wunderbar in Weichholz geht, aber auch in Hartholz. Wir machen mal ein Loch. Okay. Das hatten wir ja eben schon. Das hatten wir. Und jetzt gehen wir sozusagen die beschichtete Platte. Das ist jetzt mal die Gretchenfrage. Freie Hand. Geht ja fast noch schneller. Schau dir das an. Und schau dir mal an, wie schön sauber diese Kante da oben ist. Super. Da ist nichts ausgebrochen oder da klemmt nichts. Das ist wunderbar. Ne. Echt. Glatt wie ein Babypropo eigentlich. Jetzt gibt es noch eine andere Schwierigkeit. Die kommt typischerweise so im Treppenbau sehr oft vor. Nämlich, wenn ich keinen 90 Grad Winkel habe. Wenn ich eine Steigung oder eine Biegung oder irgendwie quer reinbohren muss, dann wird es auch sehr holprig. Hapert es manchmal. Ja. Genau. Weil ich finde dann einfach nicht die Stelle von der Zentrierung, wo ich hin muss. Und da gibt es was Neues. Das haben Sie euch immer so einfallen lassen. Genau. Den Staketenbohrmax gibt es nämlich jetzt neu. Und der hat vorne eine auswechselbare Spitze. Okay. Das heißt, an der Seite gibt es eine Klemmschraube. Die kann man hier lösen. Dann ist das Werkzeug durchbohrt. Da kannst du den einfach rausschieben und kannst den dann rausnehmen. Kannst du eine normale Spitze einsetzen. Hast einen normalen Bohrmax. Aber du kannst auch hier diesen Vorbohrer einsetzen. Und jetzt bist du in der Lage, schräg zu bohren. Okay. Ich setze den immer erst so ein bisschen gerade an. Und dann halte ich den schräg und bohre dann fertig. Okay. Klasse. Geht wunderbar. Genau wie wir es im Treppenbau haben. Wieder mit einer schönen, sauberen Bohrungskante. Und auch der wird wieder überhaupt nicht warm. Okay. Da hat man sozusagen so eine Zielführung. Ganz genau. Eine Führung. Der Mann folgt. Ja, genau so ist es. Das Allerwichtigste, das ist glaube ich auch für viele Zuschauer noch mal sehr wichtig. Es gibt den Bohrmax in sämtlichen Größen. Ihr habt hier so schöne Sets auch vorbereitet. Man kann sich die Größen aber auch einzeln zusammen kaufen. Richtig, genau. Bei uns gibt es die Werkzeuge im Set. Da gibt es auch schon mal einen tollen Preis. Und es gibt sie fast in jedem einzelnen Durchmesser. Und da gibt es auch so Durchmesser wie 19 und 21 und 23 und 33. Also alles das, was es üblicherweise sonst nicht gibt. Okay. Ich habe es am Anfang gesagt. 150 Jahre werdet ihr in zwei Jahren. Richtig. Ich glaube, man hat heute gesehen, warum es euch schon so lange gibt und warum es euch auch wahrscheinlich noch weitere 150 Jahre geben wird. Ich danke dir, dass du uns das gezeigt hast. Super. Danke dir, Daniel. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von WerkzeugTV wiedersehen. Ciao.